Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute mal ausnahmsweise mit einem Gameplay. Ich habe es mit Mongo und Halbstreif zusammen nach 24 Stunden erstmalig im Arena-Modus bis in Sudden Death geschafft. Wer nicht weiß, was das genau ist, das ist die finale neunte Runde, relativ ausgeglichen. Jeweils wechseln sich fast die Gegner mit den Winning Rounds ab. Das ist richtig, richtig spaßig. Respawn hat es selber gesagt. In der finalen Runde gibt es ein bisschen was Geiles im Care-Package. Wer das noch nicht weiß, was da Schönes drin ist, lasst euch mal überraschen. Es macht ultra fun. Gebt mir mal bitte ein Feedback allgemein unter dem Video. Wie findet ihr den Arena-Modus? Welches ist eurer Meinung nach die geilste Legende im Arena-Modus? Weil man spielt doch anders als im Battle Royale. Das sollte klar sein. Und welches Waffen-Loadout bevorzugt ihr? Ich kann euch aber jetzt schon sagen, Pfeil und Bogen ist mega belastend. Das sehen wir auch in der Runde bei den Gegnern. Spitfire ist absolut meta. Mega belastend. Macht aber trotzdem Bock. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung zum Arena-Modus gespannt. Dass ich nicht der krasseste Gameplayer bin hier im Apex Legends. Das sollte bewusst sein. Also an alle Leute, die sich nicht verkneifen können, dass das nicht das geilste Gameplay ist. Bla bla. Interessiert mich nicht. Darum geht es in dem Video nicht. Wer das Gameplay feiert, Daumen da lassen. Und im Allgemeinen wollte nichts verpassen. Würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Ich wünsche euch noch viel Spaß in Season 9 und hoffen wir, dass die Server jetzt endlich bei allen funktionieren. Viel Spaß beim Gameplay. Na, vorbei halt jetzt, Trottel. Ey, die haben die gerade alle Shops näher, haben sie nicht. Ach, ihr wollt da längs. Ne, ne, lauf, lauf, lauf. Ich mach, ich hab, ich hab meinen Plan. Die sind drüben, die sind drüben, die sind drüben. Wenn ihr jetzt schön ablenkt, kann ich... Einer ist hier vorne. Ich treff nix. Oh mein Gott, er hat's geahnt. Sorry, war mein, mein, mein Fehler. Nice. Wie kann er nicht geholt haben? Ja, Blatthorn, das hat voll... Pass auf, auf der anderen Seite kommt er rein. Na, sechst du nicht. Und hier oben ist einer. Ich muss nachladen. Nein, okay. Ah. Tschüss. Ne, das... Wir sollten uns nicht aufteilen. Ja, ja, ich... Dann los, sprinten. Damn. Ist noch nicht da. Einer geht rüber. Oh, fuck. Ich krieg die volle Breitseite. Egal. 70er auf Blatthorn. Oder wer das will. Ob den hat fast cracked. Einer ballert mit Pfeilen, wenn ich das jetzt richtig bemerkt hab. 49 auf... Keine Ahnung, was das ist. 2 sind jetzt oben auf unserer Ehebung. Ja. Ich bin noch im Heilen, Digga. Latter. Oh, Zone kommt. Oh, wir müssen schnell zurück über die Sipp und danach in die Zone. Ja. Komm zurück, zurück über die Sipp und danach. Oh, fuck. Ich hab die Sipp nicht aber, schlicht Trottel. Ganz schnell hier hoch. Hm. Oh, hier hinter ist einer. Dragged. Dragged. One shot down. Auf dem Dach ist ein Blatthorn. Nein. Warum sind die hier zu zweit? Jo, Wraith. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Nur noch einer. Echt bei ihr? Jo, die ist fast down. Nice. Sehr geil, sehr geil. Edel. Auf dieser Map ist die G7 einfach geil. Ah, jetzt hat's nicht geklappt. G7, Freestyler, ja. Rackte Mikrofon. Sie sind am Haus. Sie sind schon leider oben. Was, bei uns? Sie sind auf der anderen Seite oben, ne? Ja, Bock. Oh. Komm runter, runter, runter. Nee, da hat er hier, 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 hier ist noch einer. Crack. Bin da, bin da, bin da, bin da. Halt sie in Schach. Uh, das ging jetzt aber schnell. Ohne vielleicht. Nice, danke. Crack. Wait, Crack. Oh. Da, 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 da. Ich krieg's nicht hin. Alter, die haben sich übelst aufgeteilt. Hinter euch ist ein Bloodhound. Crack. Der schießt mit Feil und Bomben. Oh, fuck hier. Ah, fuck. Ah, die Idee, das haben sie aber auch gut gespielt. Ah, die haben sich komplett getrennt, ey. Das Riesi zu kurz zu gehen und dass das gut geht, das ist natürlich auch eine Nummer, ey. Fuck, ey. Fuck, fuck. Wolk auf dem Dach. Oh, da müssen wir mal treffen, meine Fresse. Alter, schießt wieder mit oben. Ah, ja. 70er Hit. Einer ist schon drüben, einer ist drüben, einer ist drüben. Oh, da drüben. Einer schießt schon von der Seite. Glatter Hund, der ist fast cracked. Komm, schießt mit, der ist won, der ist won, 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 won. Danke. Down, 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 down. Lass schnell rüber. Den nehmen wir gleich raus. Meinst du? Ja, ja, ja. Valkyrie ist cracked, aber richtig cracked. So, jetzt holen wir den, jetzt holen wir den und dann ist alles schön. Ja, es ist ein vorderer Gebäude hinter der Tür. Oh, die ist hier, die kommt zu euch. Hier hinten. Cracked, down. Nice. Hier oben an der Schring. Komm, guck vor, du Bastard. Danke, nice. Tiebreak. Immer noch mindestens zwei Runden. Sehr schön. Okay. Drei Button sollten reichen. Taktik, wieder rüber. Das ist doch gefallen an den E-Mails, ne? Ja, irgendwie. Bei Wraith passt das irgendwie, so dieser Start und dann diese Geste so hoch und dann rennst du sofort los. Walk, Walk ist an der Zip. Einer ist runtergefallen. Zwei sind in der Mitte und einer ist runtergefallen. Aua, aber das tut mir so weh. Einer ist in der Mitte, auch ein Kreis. 60 auf Lila. Das ist unter City gar nicht, Alter. Der andere kommt auch rüber. 94. Einfach zu spammen. Ah, die flicken, yo. Steps unter uns. Ja, die sind unten, die sind unten. Oh, Schweine, das machst du? Nein, ich wollte den unten erwischen, aber. Nimm mir den Bogen, ey. Cracked. Ich will die Pfeile in Schweine stecken, unglaublich. Einer im Kopf. 81 cracked. Alter, die haben richtig Bock, die Säcke. Ja, komm, Walkyro, komm doch auf unserer Ebene. Vor uns direkt hier. Ja. Einer down. Wie kann ich hier uns so pushen? Fleisch, Walkyro hier. Geil. Wo dir? Ja, fuck, ich war zu nah. Ich hätte nicht ins Visier gehen sollen. Scheibenkleist. Das war ein geiler Fight jetzt, bis hierhin. Ach, ich bin so ein Trottel, ey. Ich hatte zwei oder drei Arx-Dachs und benutzte sie nicht. Ich verchecke ständig, die Granaten zu nutzen, ey. Dann muss ich, das muss ich mir noch in die Fresse, muss ich mir in die Fresse holen, für so eine Blödheit. Sag da einfach an, ich erinnere dich, dass du welche gekauft hast. Habe ich ja gerade. Und jetzt hast du welche gekauft? Ja, drei Stück. Gut, ich erinnere dich, wenn es so weit ist. Oh, das ist... Oh, das ist... Ich nehme aber auch immer einen, ey. Na, ich hatte jetzt drei, weil ich 1800 Crafting-Zeugs hatte. Oh, das blickt. Ich sehe niemanden auf der anderen Seite. Also, ein Stopp-Punkt aus. Guck mich direkt an, mit Bogen. Wow. Mach keinen Scheiß, Schweini. Alter, dieser Bogen, ey. Der eine ist hier runtergelaufen. Frack 81. Ähm, war ich das runtergefallen und runtergesprungen. Einer hier unten? Ja. Ist hier unten runter? Äh, mach mal Axt da hin. Ich hab keinen mehr. Ah, die ist runter. Die ist hier hinterm Auto. Ja, warte mal. Axta sind da. Wohin? Hier, hinterm Auto. Da, wo die ist. Nicht einer. Einer hat gesessen. Hurra. Fleisch. Bei Kyra 29. Die ist fast down. Hast du? Einer ist unter uns. Einer ist unter uns. Die unter uns. Die sind zu zweit. Why? Granaten, Tobi? Nee, ich hab mich schon alle schon verballert. Keine mehr. Die kommen eh nicht hier bei der Tür hoch. Eigentlich könnte man sie von hier oben. Warte mal, wir sind beide unten. Oh, da ist schon was gännen. Du bist alleine da. Du bist alleine da. Die Volk ist, ist die Volk nicht noch da? Ich bin doch nicht safe hier oben. Volk ist fast, äh, hier, Raid ist fast da. Und die Kümmer. Blatter und down, Blatter und down. Die müssen wir. Hast du? Ein. Vorricht, Zona. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, alter. Wer hat denn die Volk gekühlt? Die war doch weg. Die war doch hinter dem Auto, äh, hinter diesem. Ich bin rüber geswischt. Krasser Typ, ey. Ja, lass mal rechts in die Zone, oder? Was geht schon los? Was rechts? Okay. 3-3. Wenn man jetzt ein 4-4, sonst hat ein Deathfirma, geil. Ich hab gerade alles auszuhgeben, das Ganze verhersen. Hier oben. Ach, und, alter, die hat mir mit einem Pfeil, hat die mir mein komplettes Filter weggeballert. Ey, das ist eine schlechte Idee von hier. Dann nach zurück. Aber wo? Das Problem ist, wir müssen irgendwo Highground bleiben. Also in der Zone auch. Ja, ist das schlecht. Da kommt der Dritte auch dazu. Ey. Schweini, pass auf, pass auf, pass auf. Na, okay, dann. Wie kann der mich so treffen mit dem Pfeil? Mein Gott, hier am Care Package. Walk 60. Auf dem Dach auch noch. Wraith immer noch. Ah, ausreichend jetzt. Vorsicht der andere, seiner Gister. Links da oben. Alter, ey, durch dich durch. Walk ist hier. Walk ist fast down. Ja, die ist crack. Ah, fuck. Was? Was? Die, Alter, wie die mit dem Bogen flitzert. Abnormal. Ich drehe mich infliegen mit dem Bogen. Ach, das kann es knicken. Alter, das ist eine ganz... Ey, mit dem Bogen ist abnormal. Das war so mies, Alter. Die plätzeln schon, Alter. Ja. Alle mit dem Scheiß-Bogen. Ja, hier, Bloodhound ist cracked. Die sind so, Alter, die sind ja das allerletzte. Gut, das ist einer. 47. Oh, du bist dann alleine? Ja, ja, ich bin... Ich wollte hier noch von der Seite. Ey, warum bist du... Ach, bist du gehindert? Ja, die treffe ich einmal und schon hast du gleich. Ja, drüben ist noch eine Wraith. Oh, die ist mega low. Also, die hat noch 60 vielleicht. Wir müssen gucken, dass die jetzt näher kommen müssen. Komm, ey, der muss sitzen. Natürlich nicht. Oh, ne, go, ne, ey. Also, die Wraith ist immer noch hier. Oh. Das sind ein paar Wichser, ey, das zu belasten. Oh, ne Craber. Oh, ne Craber. Wo ist die Craber? Hat sich die jemand genommen? Nein, nein, ich habe mir die. Nein, die ist auch drin. Die kommt. Hier. Oh, crack. Äh, Zone kommt. Oh, ernsthaft. Komm, die sind da noch hinten. Zu uns. Brake, Sound. Oh, hier, hinter mir. Wer runtergebringt. Anke, nice. Oh, Drohne. Ich bin unten. Was? Hier. Hier ist die, da unten ist er. Flat down. Nice, nice, alter. Hier unten. 4, 4, Junge. Sudden death, alter. Sudden fucking death. Alter, ist das krass. Roller, G7 Scout Gold und Mastiff Shotgun in Gold. Puh. Fuck, ist das krass. Das ist echt krank. Was kann man noch nehmen? Komm, hier, voll machen wir. Hier, meine Kanaten. Ja, ich habe. So Standekanaten habe ich gar nicht gekauft. Der Bogen ist zu doll. Oh, ich habe gepennt, sorry. Ich war die ganze Zeit im Menü. Ich habe ein bisschen guckt, dass sie näher ran müssen. Ja, ja, der Bogen, der Bogen ist echt mies. Ja, da ist schon einer drüben. Weißer. Bei mir. Fleisch. Down. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Guck, dass du Granaten durfst. Oh no. Er kommt, er kommt. Es ist nur einer. Er ist hier unten. Unten lang, unten lang. Warte, 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 gönnt ihr, warte. Halt dich erstmal auf. Die ist hier. Oh, hier. Nein. Ich bin so gut wie weg. Die gehen nicht hinterher. Die ist hier umfiziert. Die hebt auf, schildert dich. Schweine, ich bleibe, geh du runter. Gehe du runter, ich. Ah, ich bin hier gleich weg. Er holt den dritten. Scheiße. Ja. Nee. Ach. 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 Wie schnell die uns jetzt, das war wirklich doof. Alter, wir haben zu lange in diesen Gang gegeiert. Oh, die Runde hat Bock gemacht, die hat ja so Bock gemacht. Oh, wie ich aber zum Schluss, die haben die Streuung der G7-Ausdrifte so krass angehoben. Jetzt halte Tobi 3.000 Damage, Alter. Du, Schweini? Ne, Tobi, ich habe 2.5. Unfassbar. Liker Damage, hier ist schon heftig. So, in die.